Okay, Leute, es geht weiter. Miss Selfie. Und was mag sie? Katana, Ambrose, Haarschmuck, Brillengürtel. Okay, die Sachen zeige ich euch jetzt richtig. Waffen. Geschoss. So. Und das hier. Und zeigen. Waffen. Schwert. Mann. Katana. Was macht ihr sie wieder? Ich vergiss das immer so schnell. Ein paar Haarschmuck, Brillengürtel. Okay, Haarschmuck. Zubehör, Kopf. Und die Wüstenblume, die man auch noch bekommen kann, wenn man alle Blumen ihnen gezeigt hat. Bei Kamui. Hab ich auch schon. Wollte ich nur kurz erwähnen. Zeigen. Zubehör. Gesicht. Das hier. Ihr Lachen hat sich ein bisschen geändert. Okay, das glaube ich. Ich glaube, das heißt, dass sie bald fertig ist. Hüfte. So. Danke. Okay, ich gehe jetzt mal wieder raus. Ja, es kommt was. Er ist endlich hier. Es hat ihn schon lange genug. Das ist nicht fair. Weil du mich liebst. Haha, Pech gehabt. So ist es, wenn man mich liebt. Alph oder Human. Es ist nicht mehr wichtig. Okay, ich glaube, das war der entscheidende Satz, dass sie jetzt zu mir kommt, oder? Ja, das ist ein entscheidender Satz gewesen. Okay, jetzt müssen wir wieder schlafen gehen. Da kommt sie wieder zu meinem Bett und sagt mir, ich liebe dich. Okay. Nach dieser Sache kommt sowieso die Frage-Antwort-Spiel bei mir. Und dann ist das Projekt endlich zu Ende. Da habe ich alles komplett gemacht, außer ein paar Sachen, aber die sind nicht so wichtig. Ich habe die wesentlichen Sachen dann gemacht. Und schlafen. Okay, ich glaube, ich habe dann was vergessen. Warte. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe was vergessen. Äh. Objekte. Gras. Das habe ich total vergessen, dass ich das machen muss. Also, die Sachen müssen raus. So. Und so. Warte, wie viele Mystikpunkte habe ich? Ey, leck mich. Okay. Ach, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Okay, zeigen. Objekt. Gras. Hier. Okay, jetzt muss sie zu mir kommen. Ah, kommt jetzt endlich. Okay. Okay, jetzt kommt sie zu mir. Also, wir sehen uns bei unserem Zimmer wieder. Okay, los geht's. Ah, jetzt. Okay, wer ist das denn? Selfie. Selfie. Scheiße. Ähm. Ja. Egal, ist ja nicht so schlimm. Ihr habt die ja schon gesehen. Okay, kommt es jetzt. Ähm. Warum kommt das jetzt nicht? Okay, wir sehen uns bei Selfie wieder. Okay, ich habe hier kurz den Katana gesagt. Also, Muramasa. Aber wieso kommt sie jetzt nicht in mein Zimmer? Aber die muss doch längst zu mir kommen, oder nicht? Aber wieso kommt sie dann nicht? Hä, ich verstehe es nicht. Reden. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Vielleicht habe ich... Warte, ich habe da eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Wenn das nicht so klappt, dann muss ich mal den alten Spielstand laden. Aber gucken wir mal. Erst. Komm jetzt. Kommt jetzt jemand, oder nicht? Ähm. Schalala? Selfie muss das sein. Ja, das ist sie. Endlich, verdammte Scheiße. Endlich hat sie das gesagt. Mann, oh Mann, oh Mann. Das hat ja lange gedauert. Okay, die ist jetzt vorbereitet. Die ist jetzt geil auf mich. Und das muss ich doch erwidern. Also, wir sehen uns gleich wieder bei ihr. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. Zeigen. Waffen. Schwert. Katana. Okay, ich zeige ihr weiter Geschenke, bis sie irgendwie in mein Zimmer kommt. Und dann wird sie es bereuen. Ha, 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 ha. Und ja. Dory verweist, dass ich jetzt ein Gigolo bin. Und dass sie nicht die einzige ist, die ich nagle. Hm. Objekte. Gras. Heilkraut. Okay, zeigen. Was mochte sie noch? Aha, Haarschmuck mochte sie, oder? Ja, Haarschmuck mochte sie. Und was noch? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Alles im Kopf. Katana, Armbrust, Haarschmuck, Brillengürtel. Okay, Brillen, ähm, Brille kann ich noch zeigen. Ah. Zubehör. Meine kleine Schwester tickt wiederum. Mano, 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 Mann. Gesicht. Brille. Brille. Aber wieso steht sie auf Brillen? Zeigen. Zubehör. Hüfte. Wartet. Okay, es geht weiter. Und. Okay, hat das jetzt gereicht? Gucken wir mal. Wir gehen jetzt mal pennen. Und dann gucken wir, ob sie bei unserem Bett ist. Okay, dann fehlen uns dann noch zwei Leute. Fahna. Und Nanai. Soll ich Fahna zuletzt machen? Wartet mal. Okay, es geht weiter. Ähm, ich hatte hier kurze Probleme. Und es geht weiter. Kommt das jetzt oder kommt das nicht? Doch, es kommt. Super. Du siehst, du siehst gelangweilt aus, Roxas. Ich war gerade in der Gegend. Mach dir bloß keine Hoffnung. Ich bin nicht nur deinetwegen hier. Aber ich finde, ich meine, wenn ich schon hier bin. Also gut, lass es mich einfach sagen. Die Wahrheit ist, mit dir ist es nicht witzig. Ach so, mit dir ist es echt witzig. Darum. Darum habe ich mich beschlossen, dass ich mit dir zusammenbleiben werde. Dass ich mit dir zusammenbleiben werde, okay? Erwidere Gefühle. Natürlich willst du das auch. Wie? Ich muss es auch nicht. Ich kann nur sagen, nein, dann bist du traurig. Oh, du. Ich werde dich niemals gehen lassen. Okay, das hat er jetzt auch wieder gesagt. Der größte Gigolo in den Spielen. Okay, es geht weiter. Ach, ich werde hier ganz jetzt gestört. Was ist los? Das ist völlig wirr. Wie kann ich mich in dich verlieben, wenn ich Menschen eigentlich hasse? Aber es ist gut, dass wir zusammen sind. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich das Gefühl, alles tun zu können. Jetzt steht er wieder so komisch auf. Langsam, nicht freudig werden. Das war doch nur ein nettes Kompliment. Und vergiss nicht, Roxas. Okay. Okay, das war's bei ihr. Das ging ja schnell. Warte, wie viele Mystikpunkte? Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder. Ähm, ja, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter mit Nanai. Ich habe mich entschlossen, dass Fana zuletzt kommt. Okay, was mag sie denn? Schwerter, Geschosse, Haarschmuck, Brüllen, Flügel, Flasche. Okay, das können wir alles hier zeigen. Ähm, zeigen. Waffen, Schwert. So. Okay, die mag es wohl. Waffen, Geschoss. Okay, das mag sie. Äh, ja, ist schön für dich. Zeigen. Waffen, Geschoss. Die Armbrust. Okay, das mag sie wohl sehr. Zeigen. Objekte. Flasche. Ach, du Scheiße. Ähm, ja. Zeigen. Objekte. Flasche. Das werde ich mal ein bisschen ändern. Ach, leck mich. Ähm, Zubehör. Gesicht. So. Was mag sie noch? Das muss ich noch alles mal rausfinden. Ähm, Schwerter, Geschosse, Haarschmuck, Brüllen, Flügel. Okay. Haarschmuck kann ich noch zeigen. Und noch die Flügel. Zubehör. Aber erst mal Flügel. Wenn man die als Flügel bezeichnen kann. Okay, die freut sich. Okay, das ist gut. Zubehör. Kopf. So. Und so. Und so. Okay, jetzt kommt wieder mit ihr was. Okay. Okay, da hat das jetzt alles. Okay, dann gehe ich mal pennen. Und gucken wir mal, was dann sie sagt. Ausruhen. Okay, jetzt muss ich gucken. Hm. Ich hoffe, erst kommt kein anderer. Okay, dann fehlt noch etwas. Also. Flasche. Muss sie dann was machen. Flasche muss sie ein bisschen ändern. So. So. Flasche. Jetzt 20 MP-Punkte. Das zeige ich ihr mal ganz schnell. Ich glaube, im nächsten Part kann ich erst mit Fahna anfangen. Zeigen. Objekte. Flaschen. Okay, das war gut. Jetzt kommt was. Okay, das war ein klares Anzeichen dafür, dass sie mich gleich besuchen kommt. In meinem Zimmer. Ha, 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 ha. Okay. Jetzt gehen wir mal schlafen wieder. Aushuhen. Hm. Wir sind echt ein Gigolo. Wir haben schon wie viele Freunde, ne? Keine Ahnung. Ähm. Nanai? Ja, ist richtig. Super. Ich liebe dich. Schön. Eine alte Frau steht auf mich. Super. Oder keine alte Frau, weiß ich nicht. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Und nochmal das gleiche, was ich am Anfang gemacht habe. So. Okay. Ich gebe dir das alles wieder, was ich hier davor gezeigt habe. Zubehör. Drücken. Ich weiß. Weiter. Zeigen. Nein, nicht das hier. Ah, Flasche. Okay. Zeigen. Zubehör. Kopf. So. 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 Okay. Weiter. Schön. Weiter. Ja, das habe ich ja schon gezeigt. Dann kommt das als nächstes. Zeigen. Äh. Warte, ich habe da eigentlich schon alles, oder? Ah, Gesicht. Brillen mochte sie auch. Okay. Zeigen. Zubehör. Nein. Waffe. Geschoss. So. So. Und so. Okay, das haben wir jetzt alles gemacht. Und jetzt muss sie in mein Zimmer kommen und mich anbeten. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Äh, ausruhen. Ich hoffe, sie kommt gleich. Dann kann ich einen Cut machen und dann sehen wir in den nächsten Part, was sie mit uns macht. Ah, sie kommt. Aber erst in den nächsten Part. Tschüss. Tschüss.